Ciao zusammen, hier ist Dominik, Jérôme und ich Leandro. Nächste Woche ist es Challenger in Biel vom 9. bis 26. September. Wir sind alle sehr froh, dass Swiss Tennis uns die Chance gegeben hat, damit wir am ATP Challenger teilnehmen können. Wir schätzen das sehr. Können wir doch alle schauen können. Wir sind alle froh, wenn so viel wie möglich kommen. Der Eintritt ist gratis und jede Spende fließt in Anbox.